Slim 4 VIT, das einzige Mittel, das nicht nur von subkutanem Fett befreit, sondern auch die Menge an innerem Fett normalisiert. Es ist der Überschuss an innerem Fett im Körper, der Krankheiten wie Diabetes, ischemische Herzkrankheit, Arteriosklerose der Gefäße, Leberzellverfettung provozieren kann. Das Slim 4 VIT-Produkt wurde von den besten europäischen Wissenschaftlern mit einer einzigartigen Technologie entwickelt, die nicht nur das Übergewicht zuverlässig lindert, sondern auch das Risiko von tödlichen Krankheiten reduziert, die zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Tatsache ist, dass Slim 4 VIT ausschließlich aus aktiven Biokomponenten in nativer Form besteht, die in einer gewissen Konsistenz synergistisch wirken und das gegenseitige Wirkung ergänzen. Sie haben eine Bio-Verfügbarkeit von 100% of, werden vom Körper gut absorbiert, ohne die Gesundheit zu beeinträchtigen. Sei immer gesund und schön. Lächle öfter. Wenn Sie mehr wissen möchten, folgen Sie dem Link in der Beschreibung.